ja doch hier meine lieben wir sind mal wieder beim apotheken superlachter unterwegs ein kleines absicht gegeben aber es sind immer noch ein paar bugs da leider leider mal gucken wir mal auf ich habe ein paar neue regale ein bisschen mit kosmetik artikeln jetzt ja wie wie sonnencreme ganz wichtig für die kleinen so in einsortieren alles hier und die kunden kommen und den ersten kommen baby schnuller jetzt bestimmt erinnert die schnuller hier so ja kommen wir mal rein kommen mal rein ich bin gleich bei ihm jetzt noch einmal kurz noch ein bisschen hier was nachfüllen so genau puder für die babys wir wollen das ja nicht ja moment moment nicht jetzt hier jetzt bin ich bei ihnen jetzt kann ich ihnen helfen sie könnten irgendein produkt nicht finden ja schön müssen wir schon sagen was sie was sie haben wollen was möchtest du denn alex gehen möchte haben und melatonin also melatonin einmal ja hier ist immer noch der bank mal leuchtet jetzt auf dass man weiß wo man seine artikel hat ob mal leuchtet ist nicht auf aber noch wieder so der bug ist leider immer noch drinnen so zwei mutten sagen schuldigung mein fehler das hirn so schwierig nein ich bin alleine hier ich bin allein kassier ich bin aha apotheker ganz alleine hier also ja mit dir kann ich gar nicht reden mit der kasse wollte ich nicht reden natürlich ich will mit dir reden hallo super läuft ja hier ich möchte mit ihnen reden ja super die ist ja klasse wie schon gesagt sind immer noch viele bugs jetzt kann ich mir mit denen gar nicht reden so ich musste leider leider auch wieder neu starten weil das spiel überhaupt nicht mehr funktioniert mit kunden abarbeiten dass ich dem irgendwie nicht helfen konnte also wie schon gesagt das spiel hat wirklich noch einige an bugs die raus müssen ist also es bringt ja kein spiel wo ich den kunden nicht mehr abkassieren kann oder ihnen helfen kann oder produkte von mir haben möchte dann wollen wir mal hoffen dass es jetzt läuft so guten tag was möchten sie wie auch immer das zeug heißt da und das sind glückbonbons oder so was möchten sie denn sie haben pupsi ruhig die ist pups pups ja kommt da helfe ich habe was ja ja moment kasse das ist auch ein bisschen doof gemacht dass das so nah aneinander ist mit kunde und kasse hier ist die kasse und ganz nahe ist der punkt für den kundensprechern so ein bisschen nahe gemacht müsste man vielleicht mal ein bisschen weiter weg machen hatte arix war doch hier vorne so und dann bist du nicht und auch mit dieser sucherei das muss ich dass das auch funktioniert mit diesem markieren wenn ein kunde was bestellt dass sie auch ganz genau sehr die sachen sind das und die müssen dann markiert bleiben und nicht nur für moment jetzt zeigt er ist mir gar nicht an wie da dann heißt es ich muss immer gucken wie da so wie das ist aber teuer hat dies aber teuer ja tut mir leid aber ich bin noch alleine und ihr seht kann nur noch die kasse benutzen wie schon gesagt und das nervt ich möchte jetzt nicht sagen wie oft ich das jetzt machen musste schon aber es kann nicht sein dass ich hier mit den kunden gar nicht mehr reden kann die kasse kann ich benutzen aber mit ihnen kann ich nicht mehr reden kann man die kasse wieder schließen dann gehen aber die anderen nur weg so und das war's auch noch mal draußen jetzt zu machen hallo wir haben geschlossen ihr könnt alle ball abhauen aber ich kann mit den mann hier nicht mehr reden kann zwar e-rezept machen das geht alles aber mit denen kann ich mehr rein warum war es doch macht einen job schnell ja ich würde dich ja so gerne wenn du mir sagst was du haben möchtest ich dir irgendwas in eine tafel stecken die anforderung des kunden ist es nicht ja dann sag mir was du haben möchtest was soll ich denn gedanken lesen kann ich ja noch nicht wie schon gesagt also ich kann es nicht empfehlen immer noch nicht wartet wartet damit diese diese bugs alle mal raus sind wirklich die schwerwiegenden ein paar einfache bugs wo mal irgendwie was nicht so ganz um hinstellen vielleicht nicht funktioniert ist ja kann man ja mit leben aber wo ich einen kunden habe ich kann den kunden ja auch nicht mehr bedienen mehr ich kann mit ihnen nicht mehr sprechen kann nur die kasse benutzen also da muss der entwickler ziemlich ziemlich viel noch dran arbeiten definitiv sag ich euch ja gut das war jetzt eine kurze runde aber immerhin wisst ihr jetzt was los ist dass das spiel immer noch in der entwicklung ist darum dann sag ich mal bis den nächsten mal meine lieben tschau ich äh wie wenn ihr 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 ihr